Karl schuldet mir fast 3 Millionen Mark und ich werde nicht mehr länger darauf warten. Wir haben das Geld nicht. Beide Lieferungen wurden von der Polizei abgefangen. Eine schlimme Nachricht. Traffic. Loni! Johann! Johann! Ich besorge Ihnen das Geld. Sie haben es gleich morgen früh. In 5 Minuten. FS1. Ich liebe dich. Junges Glück. Unter bösem Stern. In diesem Schocker von Wes Craven wird ein junger Ehemann der liebenden Umarmung seiner Frau entrissen und gerät in die tödlichen Klauen dämonischer Kräfte. Was zum Teufel soll das? Dem Tode geweiht. Heute 22.45 Uhr FS1. Der heimliche Verführer kommt. Und gewinnen Sie einen mit Ihrem Verführerschein am 13. und 14. September. Ja, ja. Beim Mazda-Partner müsste man sein. Darf ich Ihnen ein besonderes Waschmittel vorstellen? Es ist Ihr bewährtes Dixar. Jetzt verbessert mit der neuen Antikalkformel. Dixar. Der Fleckenschäppchen. Wenn die Schatten nur kürzer werden und die Lust auf einen Longdrink immer größer. Martini. The Sunnyside of Life. Liebe Eltern, achten Sie auf Ihren kleinen Liebling, falls Sie bei BIPA eingekauft haben. Etwa die Sanosan Babyölpflegetücher um 54,90. Oder die Pampers im Duopack plus Flascherl um 279. Denn derartige Angebote könnten Ihnen veranlassen, selbst bei BIPA vorbeizuschauen. BIPA macht möglicherweise Unmögliches möglich. Du Schatz, welches Spülprogramm? Warte, haben wir was zu maschen? Hol dir doch irgendwas. Nicht irgendwas. Nicht irgendwas. Wir haben doch Kinderschokolade im Haus. Ach ja, die Kinderschokolade für die Extraportion Milch. Kinderschokolade für die Extraportion Milch. Nur du und ich, das endet nie. Ein Duft voll Charme und voll Esprit. Esprit de Paris. Das neue Parfum-Deo von Frotté. In dieser Nacht kann viel geschehen. Mit diesem Duft, du wirst schon sehen. Oh ja, Frotté Esprit de Paris. Das ist der Duft, der zu dir passt. Neu von Schwarzkopf. Verehrter Maestro, die Rechnung, die hat aber einmal die Brahms-Suite mit dem Konzertflügel. Sie haben ihn zerschmendert. Dann fünf Dutzend Stoff-Servietten für ihre Autogramme. Die Amazonas-Orchideen für die Primadonna. Extra eingeflogen. Tja, und dann war da noch der Champagner, in dem sie gebadet haben. Entweder sie haben eine oder sie brauchen eine. Eurocard, die Kreditkarte. Der typische Tuck-Genießer liebt elegante Cocktail-Partys. Oder heiße Fäden. Oder romantische Abende zu zweit. Typisch ist seine Vorliebe für den Zabenkräker. Tuck. Der Beuckel heißt Knabbergenuss. Der eine liebt den Kaffee. Oder den Tee-Port-Dü. Und wenn man zu Natrin greift, kommt keine Kalorie dazu. Genießt das süße Leben. Es ist leichter mit Natrin. Tja, Natrin macht das süße Leben leichter. Fahr Duschbad. Prickelnde Frische belebt ihren Körper. Macht sie frisch und munter für den Tag. Fahr Duschbad. Jetzt auch als Fahrleid. Leichte Frische. Besonders hautverträglich. Ein Körper bewegt sich. Er nutzt seine Kraft. Richtige Ernährung bringt ihm Energie, die er braucht. Energie tanken. Die Philosophie von Mobil. Tanken Sie Ihr Auto mobil. Damit Ihr Motor dynamisch bleibt und sich sauber bewegt. Mobil. Die reine Energie. Äh, du schon. Was sonst? Äh, du schon rastfrisch. Viel Gefühl für Kaffee. Oh, da gibt's ganz schön was zu bürsten. Ui, angeschmiert. Also ab zur Waschmaschine. Fevercolor gegen ein gewöhnliches Waschmittel. Schau, beide sauber. Aber hier, ausgewaschene Farben mit Fevercolor. Reinere, frischere Farben. Fevercolor und Fevercolor flüssig. Damit Farbe Farbe bleibt. Meine Damen und Herren, Thriller-Spannung und dramatische Schicksal entlang der Drogenstraße zwischen Asien und Europa erwarten Sie nun in der neuen Miniserie Traffic. Nachdem wir denn gestern Handlung und Darsteller vorgestellt haben, steigen wir nun gleich in das Packen der Geschehen ein. Deutschland, England und Pakistan sind Schauplätze dieser wirklichkeitsnahen Story, die mit dem TV-Oscar, dem Emmy Award, ausgezeichnet wurde. Falls Sie den gestrigen Auftakt versäumt haben sollten, zeigen wir Ihnen jetzt noch im Zeitraffer eine Zusammenfassung der bisherigen dramatischen Ereignisse.